So, also was haben wir gemacht? Zweiter Schritt, also erster Schritt war ja, hier haben wir eine Zufallsvariable und was haben wir als zweites gemacht, als wir die Zufallsvariable schon hatten? Wir haben einen Durchschnitt gekügt. Ja, hier ist die Rechnung. Wir haben irgendwie alle diese Zahlen zusammengezählt und dann durch 36 geteilt. Eigentlich habe ich hier so ein bisschen noch einen Trick gemacht, das erkläre ich gleich. Auf jeden Fall, dieses Durchschnittbilden, das nennt man Erwartungswertbilden. Den Erwartungswert bilden. E, den Erwartungswert, und es hängt ab von der Zufallsvariable X. Ja, das ist jetzt mein X. Das ist jetzt meine Zufallsvariable X. Ja, wenn hier andere Zahlen drin gestanden hätten, dann hätte ich ja auch hier was anderes hinschreiben müssen. Ja, also man hat für jede Zufallsvariable, kann man eine reelle Zahl ausrechnen und das ist der Erwartungswert. Das ist irgendwie der Durchschnitt über alle Möglichkeiten. Ja, hier sehen wir jetzt, ich habe eigentlich so ein bisschen einen Trick gemacht. Ich habe hier dieses hier einmal, dieses hier zweimal, dieses hier dreimal schon zusammengefasst. Ja, was ich eigentlich hätte rechnen müssen, ist, ich nehme also meine 2. Ja, die Wahrscheinlichkeit von der 2 ist 1,36. Ja, und dann muss ich es malen mit 2. Ja, plus, jetzt kommt das nächste hier. Ich müsste eigentlich alle 36 durchgehen, 1,36. Und jetzt mal, was in der Zelle drinsteht, minus 3. Ja, plus, was hier steht. Plus 1,36 mal 4. Minus 1,36. Ja, plus 1,36 mal minus 5. Ja, ich will jetzt hier wirklich die Werte aus der Tabelle hinschreiben. Minus 1,36 mal 6. Ja, plus 1,36 mal 6. Und plus 1,36 mal minus 7. Und dann kommt die zweite Reihe. Ich fange nur, ich schreibe nur den Anfang hin. 1,36 mal minus 3. Und dann kann ich mir vorstellen, das geht hier noch viele Reihen weiter. Und ganz am Ende steht hier dieser Term. Plus 1,36 mal 12. Also, das ist eigentlich die Langschreibweise. Ja, jedes Element hier mal die Wahrscheinlichkeit. Ja, und dann kann man natürlich, wenn man ein bisschen geschickt zusammenzählt, kann man das hier dann, so wie ich es hier geschrieben habe, zusammenfassen. Ja, ich nehme die ganzen 2, dann die 3, dann die 4 und dann komme ich auf den Schritt. Also, ich habe eigentlich den allerersten Schritt weggelassen, weil mir natürlich klar war, dass man das so machen kann. Ja, also hier geht es dann weiter gleich und dann rechnen wir so und dann rechnen wir die ganze Rechnung von vorher. Ja, also dieses ist der Erwartungswert. Alle Elemente, alle Werte von der Zuweisvariable, malgenommen mit den Wahrscheinlichkeiten von jedem diesen Kästchen. Ja, und hier konnten wir auch zusammenfassen, weil das immer gleich war. Ja, das war gut, dass wir in der Passraum hatten, konnte man das zusammenfassen. Ja, also ich schreibe im nächsten Video das nochmal auf, was ein Erwartungswert ist.